Ja, bei dem finde ich, das ultimativ Wichtigste ist genau diese Verantwortungsgeschichte, weil ich glaube, das ist auch vor allem im Kleinen, ist das ja bei Zielstellungen oft genau die Problematik, dass ich das nicht so richtig messen kann, ob ich dem näher komme oder nicht, sondern viele Ziele sind ja dann so formuliert, dass es nur das ultimative Ziel gibt und es gibt keinen Marker dazwischen. Das heißt, das ist allein vom Prozess her sowas natürlich viel einfacher, weil ich zwischendurch sehe, ob ich Fortschritt mache oder nicht. Und gleichzeitig ist das nicht so ein negativ konnotierte oder ein negativ geleiterter Prozess mit, ja, jetzt schon wieder das nicht, jetzt haben wir das Ziel noch immer nicht erreicht, jetzt ist es schon wieder das nicht geklappt, weil ja das in diesen kleinen Schritten vorwärts geht und nicht eben rückwärts. Also das ist ja eben eine ganz andere Zugangsweise zu sowas. Und das finde ich im Großen als auch im Kleinen das wichtigste Wertzeug, dass man sich selbst zur Verantwortung zieht, sozusagen. Also dass es bestimmte Punkte geben muss, an denen ich festmachen kann, ob ich dem näher komme oder nicht. Und das hast du ja eigentlich jetzt perfekt mit dem Beispiel irgendwie klar gemacht, wie man das machen könnte. Also das ist ja ideal. Und das müsste man eigentlich, also das müsste man individuell für sich auch mit der ähnlichen Perspektive angehen, nämlich, dass es ja mir hilft, vorwärts zu kommen, wenn ich diese Schritte sinnvoll aufgebaut habe und nicht das Ziel einfach vorne weghänge, sozusagen, und dann hoffe ich mal irgendwie anzukommen, sondern es geht eben genau darum, wie kann ich mich annähern, eben mit dieser anderen Perspektive, nämlich die kleinen Schritte dorthin und gleichzeitig eben messen zu können, ob ich da überhaupt vorankomme damit. Und als quasi Anekdote wieder aus dem Sport, ich meine, bei uns war das ja immer eine andere Sache, wenn du irgendwie drei-, viermal die Woche Training hast und dann irgendwie alle zwei-, drei Wochen ein Spiel hast, dann hast du automatisch diese Marker, wo du weißt, okay, habe ich jetzt während dem Training, habe ich von einem Training auf das nächste Training irgendwie Verbesserungen gemacht oder habe ich mich verschlechtert? Klappt bestimmte Taktikzüge? Klappen die jetzt besser oder nicht? Und ich finde, das ist ein, wie wir es ja immer gerne sagen, so eine Rahmenbedingung oder so ein guter Transfer aus dem Sport, dass man es tatsächlich auch in sämtliche Arbeiten oder natürlich auch irgendwie in seinem Privatleben immer wieder gut einbauen müsste, dass man weiß, in welche Richtung man sich bewegt. Und da ist natürlich wieder quasi in Klammer sowas wie ein Tagebuch zu nennen, wo ich nämlich genau die Chance hätte, solche Punkte festzumachen, wo ich jeden Tag zum Beispiel eine Dankbarkeit, als Tagebuch schreibe oder, wie wir es ja schon vor Ewigkeiten gesagt haben, konkret auf die Arbeit bezogen. Was möchte ich am nächsten Tag besser machen? Oder was ist mir heute gut gelungen? Was ist mir heute schlecht gelungen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist dieses Bewusstseinschaffen und vor allem diese Messung von den Zwischenschritten ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das wird, glaube ich, ganz oft vergessen, weil es einfach, man natürlich alles auf Ziele ausgelegt ist und es gibt sehr wenig Diskussionen über die Schritte zu den Zielen, sondern das Ziel ist das Ultimative und man wird nur daran gemessen und nicht an dem Weg dorthin. Also da kann man natürlich auch noch sehr philosophisch werden mit dem Weg und Ziel und sowas. Aber die Grundidee ist quasi die wichtige, nämlich woher weiß ich, dass ich es Fortschritt mache? Weiß ich nicht, indem nur das Ziel dort steht, sondern das weiß ich, indem ich kleine Schritte mache und dort mich gegenüber denen irgendwie verantworte und überprüfe, ob ich die geschafft habe. Ich ver requiere das Ziel dort steht, aber dannャكانste St thenstand. Wir sprechen jetzt mal evolut Fürth. Bitte schlägt ihr es. Also da쟁ten wir uns auch nur von einem großen Gräumenatory machen zu verschoben. Damit zwar denyse monumentigsten liefern. Aber wenn es dann, dann לקamos sich das so junge. Ja super死betet war, indem das Leitungen hat am Maschen gesucht. Aber das war alles gesucht.